Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls im Swap Weapon Mod mit Möwe, mit mir, mit Dicke und der Rupf, die wir heute legen werden. Ne? Vielleicht. 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 Ja. Wir strengen uns an und machen uns direkt los. Denn die Zeit ist knapp. Wir müssen vorproduzieren und wir müssen vor allem irgendwie Fetty aus dem Leben drücken. Aber sowas von. Ja. Lägt's denn bei dir eigentlich noch? Ja, ein wenig. Ein wenig. Oh, oh, oh. Okay, mehr. Vielleicht haben wir ja irgendwie mal ein bisschen mehr Glück jetzt. So langsam. Mit Waffen und so. Dass wir so ganz krasse Waffen kriegen. Keine Ahnung. Ja, das ist sehr geil. Er schlägt zu dir und haut mich direkt mal eiskalt um. Das kenn ich, ja. Das ist mir die letzten Male ergangen. So, trinken wir mal noch was. Gehen wir jetzt rein. Und der wird mir wahrscheinlich jetzt... In den Rücken hauen. In den Rückenglocken haben. So, ich hab das Drehrad wieder und mit Feuer sogar. Ja, genau. Ach, komm. So. Jetzt mal schön weg hier. So, direkt Charlie macht. An dem Vieh. Ach Gott. So. Jetzt mal hier oben die Kante. Wir sehen wieder einen sacken. Das Feuerrad. Also wenn das Rad, äh, dieses, ähm, Knochenschild auch nur mit Feuer ist, dann macht das ja rund viel Schaden, ja. So. Ja, geh weg. Geh weg. Okay. So. Das hat super Schaden gemacht. Du kriegst einen ab. Ich, äh, trink mal was. Ich krieg jetzt auch einen ab. Aber das macht nix. Du lebst weiter. Ja, also momentan sieht's schon relativ gut aus, würde ich mal behaupten. Wenn das gerade so weitergeht mit deinen Waffen, dann bin ich mehr als zufrieden. Man muss ja auch mal Glück im Leben haben, ne? Ja, ein bisschen, ja. Ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Ah, jetzt hab ich bloß eine Trinkschwaffe. Komm, schon. Komm, mach deine Attacke. Jetzt so nie. Die mag ich nicht. Hau ab. Gott. Jetzt mach dir die nochmal. Nein, er hat mich... Ah, er wollte mich aufspießen. Okay. Er wollte dich aufspießen. Er hatte ich aber nicht aufgespielt. Trinkhaus, Trinkhaus. Genau, danke. Waffe in Gefahr. Ach, komm, ich hab doch nur Estus getrunken. Was geht denn ab? Ah, scheiße. Smogs Hammer hab ich jetzt hier in der Hand. Den kann ich jetzt nicht so angreifen. Boah, ja, komm ich doch hier an. Warte, warte, warte. Oh, oh, oh. Geh weg von ihm. Nein. Und trink bitte. Danke. Lebst du. Ich lebe. Ja, wunderbar. 19 Schaden. Ach, Gott. So, wollen wir tauschen, oder? Äh, nee. Ja, doch, klar. Tauschen, tauschen, tauschen. Ich kann ihn ja eh nicht besiegen. Ich mach zu wenig Schaden. Okay, oder? Dann komm her. Komm her, ist gut. Scheiße, 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 trink was. Okay, ich hab Brunstein. Ja, ich muss noch wieder was trinken. Okay, und du hast wieder Dingens. Alter Vater. Ach, und der trifft mich wieder. Ach, Gott. Ist das denn wirklich dein. Ist es denn? So, trinken bitte schnell. Danke. Das war knapp. Ja, das war leicht knapp. Fünf, nee, gar nicht mal. Fünf Estos. Was red ich da? Scheiße. Acht Estos haben wir noch. Acht Estos, okay. Das ist nicht so noch nicht viel. Wir müssen uns jetzt anstrengen und beeilen. Aber waffentechnisch läuft's gerade nicht so. Hau ihm einfach. Ja, komm. Komm, du hast 54 Schaden in den Popo. Nee, jetzt hast du beide. Jetzt hast du beide. Nicht sterben. Nicht sterben. Okay, er hat gerade weggerollt, ey. Oh, Mann. 32 Schaden. Ach, ich kacke ab. Komm. So, ich versuche mal noch hinzurennen und ihm ein bisschen Schaden zu machen. Scheiße Schild. Scheiße Bogen. Jetzt habe ich einen Speer. Los. Da ist er. Noch ein Schlag, komm. Nein, verfehlt. Was ist da los? Nein, trink was. Ja, ich trink was. Er ist tot, er ist tot, Mann. Er ist tot. Oh, Mann. So. Er ist tot. Weiter geht's. Komm, komm, komm. Wir müssen uns beeilen. Es klappt. Wann das klappt, das klappt. Wir müssen jetzt so schnell Schaden machen, weil Flakons, die gehen ja auch zugrunde. Ja. Dann müssen wir uns einfach nicht treffen lassen. Ja, und dann kannst du zumindest mich nicht mehr heilen. Das ist das Problem. Okay, da hinten steht er. Du bist voll? Ja. Ich bin voll. Ah ja, fast voll, aber es langt. Nein. Oh Gott, nein. Es hat geleckt. Leck. Oh Gott, oh Gott. Ich habe es geschafft. Okay, aus fünf Flakons wurden dann nochmal zwei. Scheiße, ey. So. Aufpassen. Ja. Und nochmal schön einen Speck am Braten. Weg. Komm, 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 komm. Jawohl. Ach, er hat mich noch getroffen, oder was? Niemals. Komm, ich hebe mir das auf. Verbrätst du nochmal eine Menschlichkeit für mich? Das kannst du wohl nicht wahr sein. Weg. Weg. Ja, ja, ich habe es. Sehr suboptimal gerade, das Ganze. Was war das denn? Hast du das jetzt gerade gesehen, wie er sich umgedreht hat? Ja, der ist hart. Er rennt zu dir und switcht dann im letzten Zuge zu mir, oder was? Okay, weg, weg, weg. So, Feuerkugeln habe ich halt auch noch. Die könnte ich jetzt auch mal noch gewinnbringend einsetzen. Dann hau gewinnbringend drauf. Warte, warte, warte. Wenn er, wenn er, wenn er, wenn er will. Okay, jetzt habe ich, gegen seinen Hammer habe ich jetzt geschlagen. Jetzt dreh dich doch mal rum, Ernst. Na los. Scheiße. Den habe ich auf den Boden gefeuert. Oh, 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 oh. So, okay, 161 Schaden. 300 Schaden, okay. Oh, 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 oh. Scheiße, ich hänge. Ja, läuft. Läuft, 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 läuft. Eine Estos, Herrmann. Ja, das ist nicht so noch nicht viel. Will ich mal grob behaupten. So, zack. So, ich renne. Oh. Ich renne halt vor den Dingern dann immer weg. Das läuft nicht. Kann die, glaube ich, nicht mehr blocken. So, jetzt habe ich eine schöne Waffe an sich, ey. Oh, 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 sag ich dir. Ah, naja, der hängt, hängt aber auch ab und zu mal so ein bisschen rum, ja. Scheiße, jetzt habe ich so eine... Ach, Gott. Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen ist er immer irgendwo an, an irgendwelchen Mauern. Das gefällt mir absolut nicht. Naja, läuft nicht so ganz gut. Kann man halt nicht so schön umkreisen. Und er rennt viel zu viel. Wir, wir umzingeln ihn mit Lemmling, ja. Und so ein paar dazu. Ey, komm, hör doch mal auf da mit dem Scheiß. Und vor allen Dingen mal Schilde, Schilde, Schilde. Ja, eben. Sehr geil. Ach, Gott, ey. So ein abgebrochenes Schwert hier, schön. Ach, Mann, ey, Bogen. Das ist nicht dein Ernst. Der Herr Ernst. So, jetzt habe ich theoretisch eine Waffe, mit der man auch angreifen könnte. Waffe zerbrochen. Geh kacken. Geh kacken. Ja, ich kite, ich kite. So, jetzt auch. Okay, so. Einfach drauf, den guten Herrn hier. So, jetzt renne ich hin, jetzt kriege ich bei... Ne, scheiß Waffe. Pass auf. Ne, jetzt. Er muss doch irgendwann mal fallen, ne? Das kann's denn auch nicht sein. So, jetzt hätte ich zumindest wieder ein bisschen Schaden machen können. Ah, scheiße. Das rennt er halt wieder weg, ey. Und ich hatte eine schöne Waffe an sich. Toll. Weg ist er. Oh, weg. Na, ich bin einfach weitergerannt. Ich hab's nur gesehen. Nur im Augenwinkel gesehen. So, weg nochmal. Das kann's doch gar nicht sein. Ich steh doch hier... Ach, komm. Ich sag da nichts mehr zu. Komm. Ach, hast du noch mal abgekriegt, ja? Scheiße. Ja, hab ich noch abgekriegt. Aber macht nichts wieder. Wir haben noch genug Menschen. Ja, die geht aber auch zu nahe. Ja, die geht auch zu nahe. Komm, den schaffen wir jetzt. Das kann's doch wohl nicht sein, ne? So, was ist das von Dings? Dieser Boss muss weg. Er muss einfach nur weg. Weg mit dir. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Ja. Die Mauer ist doch schon weg, Mann. Die kommt wieder. Die kommt wieder irgendwann. Weg. Scheiße, scheiße, ja, ja. Nein. Nein. Ach, komm schon. Das kann doch nicht wahr sein. Mach doch keinen Scheiß, ey. Mach doch keinen Scheiß. Was machst du denn? Ey, ich kotze ins Müsli, ey. Unfassbar, ey. Nein, ach Gott. An diesem Tag soll es nicht sein. Das ist zum Kotzen, ey. Das ist nicht dein Ernst. Es ist wirklich nicht dein Ernst. Komm jetzt. Ein Trauerspiel, was wir hier abliefern. Aber muss halt Oma sein. Das ist halt, Wohenstein und Zwarok ist halt echt. Jeder andere Boss ist mir da fast lieber. Da ist mir sogar Kalamed lieber. Sag das nicht. Ja, schon irgendwie ein bisschen. Sag das trotzdem nicht. Du weißt ja, ne? Was noch passieren sollte. Ach, wir haben den rum... Ja, gut, ja. Damit ist es natürlich, ne? Was anderes. Aber beim letzten Mal haben wir den ja so weggeholzt. Beziehungsweise du. Aber das wissen die lieben Zuschauer noch nicht. Ja, das ist richtig. Das kommt noch alles. Alles kommt später. Alles kommt noch. Wir haben nochmal was vorbereitet. Wir haben nochmal was vorbereitet, ja. Oh, scheiße. Wie sieht es denn bei dir aus? Du kotzt ins Müsli. Und du auch? Ich kotze hinterher. Schade, schade, schade. In die Milch. Fett rein. Es ist nicht euer Ernst. Es ist wirklich nicht euer Ernst. Entweder bin ich da wirklich zu dämlich, dieses Ding auszuweichen. Oder es ist wirklich diese Mod, die mich einfach nur verarschen will. Ja, vielleicht durch den Leck halt. Du kriegst 20 Schilde, ja, aber trotzdem. Du kriegst 20 Schilde reingedrölt und irgendwie funktioniert ja gar nichts. Also das ist unglaublich. Und vor allen Dingen macht er diese Attacke dann, weißt du, wenn er dann auf die Zugestürme kommt. Es kekst mich voll an. Ah, ja. Du machst ihn dann dreimal hintereinander und dann bist du tot. Du kannst ja auch nichts mehr machen. Wir nehmen jetzt das nächste Mal so leer mit. So leer. Als Photon. Ist zwar ein bisschen... Toll, jetzt sterbe ich auch gleich. Jetzt sterbe ich wieder. Scheiße. Ah, das war doof. So leer, so leer. Wo kommt denn der her, ja? Das ist wieder... Ach Gott. Ja, so als kleines Foto irgendwie, als Ablenkung ist das vielleicht ja auch nicht verkehrt. Ist zwar, ja, dann doch eine Vereinfachung, aber ich sag mal... Ich hab gedacht, wir haben schon die Vereinfachung hier, ja? Zu zweit. Vor dem fetten Vieh, ja? Aber wenn wir beide irgendwie Pech haben... Was Waffen angeht, dann bringt uns ja... Also dann können wir auch nur ausweichen. So auf Dauer, ja. Tja. Dabei benutzen wir doch schon alles, ne? Ja. Na, ich sag mal, wenn wir... Weiß ich nicht, normale Waffen hätten, dann legen die schon dreimal. Viermal. Zehnmal. Ja. Also... Da kannst du eine ganze Dark Souls Session von drehen, weil... Ah, jetzt hab ich aber das schöne Knochen schüttet. Ja, das ist toll. Ich find das auch sehr geil eigentlich, dieses Knochen-Schild. Also... Ich hab's noch nie so richtig, ähm, einletzen können irgendwie bei Gegnern. Aber bei Ornstein macht das ja hundsviel Schaden. Ich bin ja im letzten Triwars, glaub ich, reingelaufen, hatte das Schild schon in der Hand. Sprich, äh, die Zeit lief schon. Dann einfach mal so lange gedreht, bis das Ding weg war. 500 Schaden, das waren zwei, drei Sekunden, ja. Wo das Ding einfach mal in seinem Körper gedreht ist. Und einfach mal so viel Schaden, ja. Stell dir mal vor, die ganzen sieben oder neun Sekunden, was das jetzt sind, wären da durchgelaufen. Das wären tausend Schaden gewesen. Das wär richtig geil. Das ist fantastisch. Aber leider haben wir das nicht so oft, dieses Knochen-Schild. Ja, ich hab's jetzt irgendwie ab und zu mal, ihr habt jetzt schon, also... Das kam jetzt in letzter Zeit ganz, ganz häufig. Wir können ja jetzt noch, wir könnten ja jetzt noch hingehen in die Katakombe, wieder zurückgehen, uns das besorgen als normales Schild und das dann ausrüsten. Nee, das wär zu einfach. Und dann beides drehen, so Doppel-Reading, äh, ja, Dual-Reading hier mit Schilden. Ja. Einfach durchhauen. So, ja, die Zeit reicht jetzt an sich für den nächsten Try gar nicht mehr, leider Gottes. Also es war jetzt, glaube ich, nur ein Try pro Folge. Allerdings wird das dann eine Überfolge. Das können wir uns nächste Woche leider nicht so leisten. Heute ist ja an sich, wenn ich mich nicht verzählt hab, ist heute... Ohne? Herbstgleich? Mittwoch. Theoretisch. Theoretisch? Ja. Ansonsten ist heute theoretisch Freitag. Bei uns zumindest. Freitag? Ja, heute... Nein, heute ist Freitag. Heute ist Freitag. Heute ist Freitag. Doch, es ist Freitag. Freitag, der 7. März. Mein Gott. Stimmt. Das hätte ich nicht gewusst. Dann muss ich nur mal drauf gucken. Naja, liebe Freunde, ähm, in der nächsten Folge werden wir das Ganze noch mal probieren mit Soler. Ähm, wir wollen es ein bisschen vereinfachen, denn ihr wollt ja auch mal ein bisschen mehr sehen und wir wollen ja auch vorankommen, ne? Ja, es ist nicht alles... Vielleicht. Irgendwann. Es ist alles nicht so ganz. Wenn Soler das schafft, ja. Ja, Soler haut uns alles weg. Ich will zoffen. Nee, ich denke nicht. Dient nur als Kanonenfutter wahrscheinlich. Der ist so schnell weg, das glaubst du ja nicht. Nehme ich mal an. Naja, morgen geht's weiter. 16 Uhr. Hau da rein. Dann sagen wir jetzt Tschüss. Bis morgen. Macht's gut. Tschüss, tschüss. Tschüss. Vielen Dank.